FALTER-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen im FALTER-Radio. Wie stark hat sich Österreich durch seine ausgeprägt pro-israelische Position im Gazakrieg isoliert in Europa und auch international? Die Frage bespreche ich in dieser Sendung mit dem außenpolitischen Vordenker der SPÖ, Wolfgang Petric, der die Linie der Regierung im Gazakrieg kritisch sieht. Aber zuerst blicken wir auf den Prozess gegen Sebastian Kurz, bei dem zuletzt der ehemalige Finanzminister Hartig Löger ausgesagt hat, so wie zuvor Thomas Schmid, der einzige Kurz-Vertraute und Generalsekretär des Finanzministeriums, der seinen einstigen Freund Kurz schwer belastet. FALTER-Chefredakteur Florian Klenk hat das Verfahren verfolgt, erkennt alle Akten und alle Chats und hat im Podcast-Studio Platz genommen. Hallo Florian. Hallo Raimund. Insgesamt geht es ja bei dem Prozess um den Vorwurf der Falschaussage gegen Sebastian Kurz und seine Mitangeklagten beim Ibiza-Untersuchungsausschuss, wonach er kurz vor Jahren in die Bestellung des Thomas Schmid zum Chef der Staatsholding Öberg nicht wirklich involviert war. Das hat er damals ausgesagt. Da ist jetzt der Verdacht, dass es falsch gewesen ist. In den letzten Verhandlungstagen, Florian, was hat man da über das Funktionieren des gesamten Systems Kurz neu erfahren? Naja, der Thomas Schmid ist sehr ruhig, sehr bedacht, sehr differenzierend aufgetreten und hat beschrieben, im Grunde genommen eine Regierung Kurz, in der der Sebastian Kurz immer das letzte Wort haben wollte und auch hatte und in der zwar Leute zugearbeitet haben und auch immer wieder Meinungen geäußert haben, aber das letzte Wort, sagt Schmid, war eigentlich der Bundeskanzler. Und wenn man da so im Gerichtssaal sitzt, in diesem Schwurgericht, das ist so ein riesiger Theatersaal und zuhört, denkt man sich, das, was der Thomas Schmid da beschreibt, ist eigentlich das Normalste auf der Welt, nämlich der Regierungschef fühlt sich verantwortlich und will mitentscheiden bei der Besetzung von Posten, die dafür da sind, dass die Regierung oder die Republik Einfluss hat in die Staatsbetriebe, die zum Teil der Republik gehören. Und merkwürdigerweise hat das aber der Sebastian Kurz vor dem U-Ausschuss anders dargestellt. Er hat so getan, als hätte er damit nichts zu tun, weil er damals im Jahr 2020 offensichtlich vor dem Nationalrat den Eindruck erwecken wollte, er sei gar nicht der Strippenzieher und er sei gar nicht der, der sich einmischt und er sei gar nicht der, der seine besten Freunde oder Vertrauten oder auch Spender, es sind ja einige Spender, an diese Positionen setzt, sondern das haben die anderen entschieden. Und das fällt ihm jetzt möglicherweise auf den Kopf, weil der Thomas Schmid sich selbst belastet in vielen anderen Fakten und nicht lügen darf. Er tritt dort als Zeuge auf, er entschlägt sich nicht und er darf nicht nur deshalb nicht lügen, weil er sich strafbar machen würde, sondern wenn er lügt, würde er auch den Kronzeugenstatus verlieren, den er sich erhofft. Ab dem Augenblick, wo klar war, Schmid sagt aus, gegen Kurz hat er die ÖVP große Geschütze aufgefahren, er ist unseriös, er lügt selber, mit dem darf man nicht vertrauen. Auch während des Prozesses, die Verteidiger des Sebastian Kurz haben auch die Glaubwürdigkeit des Schmid infrage gestellt. Sie haben eigentlich nur die Glaubwürdigkeit des Schmid infrage gestellt. Das Interessante an der Strategie ist, dass man eigentlich auf diese ÖBAG-Besetzungen kaum eingeht in der Verteidigung, sondern eigentlich im Wesentlichen kritisiert, dass der Schmid ein untreuer Geselle ist, dass er lügt, dass er, das sind zwei sehr dubiose russische Geschäftsleute, die offensichtlich mit dem Schmid irgendwo in Litauen ein Bewerbungsgespräch geführt haben und da soll der Schmid gesagt haben, die WKStA hätte ihn unter Druck gesetzt. Die Verteidigung erhebt auch den Vorwurf gegenüber der WKStA, sie hätte sozusagen Schmid diktiert, was er dann zitiert. Also mehr oder weniger, man hätte ihm das Geständnis vorgegeben. So eine Art, die Verteidiger haben das immer gesagt, oder der Verteidigereinheit hat immer gesagt, ein Staat im Staate, also eine ungeheuerliche WKStA, die ihr Vorwürfe erfindet. Das ist ein bisschen die Verteidigungslinie, die wir von Karl-Heinz Klass erkennen. Also Attacke gegen die Justiz. Die Justiz ist korrupt und nicht der Sebastian Kurz. Ob das aufgeht, bezweifle ich. Was auffällt, ist, dass diejenigen im Verfahren die Geständnisse ablegen, die Verantwortung übernehmen, die sagen, die reinen Tisch machen, die sagen, so war es, eigentlich relativ milde aus dem Gerichtssaal gehen. Also zum Beispiel die stellvertretende ÖVP-Chefin Bediener Glatz-Kremsler, die ist ja nur einen Tag in diesem Prozess gesessen, die hat eine sogenannte Diversion bekommen, also eine Bußgeldzahlung gegen Einstellung des Verfahrens. Man hat am Anfang geglaubt, dass das nicht halten wird und dass die WKStA Berufung erheben wird und sagen wird, nein, die gehört bestraft, weil in einem milderen Verfahrenszweig ist eine viel unbedeutender in die Person bestraft worden. Aber die WKStA hat gesagt, wir erheben gar kein Rechtsmittel, wir sind zufrieden damit. Thomas Schmidt ist ja in der Presse eigentlich ganz gut weggekommen. Da haben alle Beobachter geschrieben, er hat glaubwürdig gewirkt, er war gut geprieft, er hat sich selber auch so verhalten, dass man nichts gegen ihn sagen kann. Wie beunruhigend ist das für den Sebastian Kurz? Ich meine sehr beunruhigend und man merkt auch, dass er nervös wird. Man merkt, er hat sehr viel, investiert sehr viel in Litigation PR, er hat im Gerichtssaal einen Pressesprecher sitzen, der immer wieder sozusagen Handouts gibt oder per Mail Papiere verteilt. Man merkt, es geht nicht in die richtige Richtung. Er hat vielleicht gehofft, dass Schmidt doch nicht so souverän wirkt. Es war heute Dienstag, Montag, den 18. war der Hartwig Löger im Prozess. Einmalige Finanzminister. Finanzminister. Kurzzeitig auch Bundeskanzler gewesen. Der hat wiederum ausgesagt, dass Beschuldigte in seinem Verfahren, dass er die Entscheidungen getroffen hat. Gestern wurde er als Zeuge vernommen, da muss er die Wahrheit sagen. Da hat er gesagt, naja, er hat so ein Erinnerungsdilemma. Also wenn er jetzt die Chats sieht, er kann sich da nicht mehr so genau erinnern. Er glaubt schon, dass er die Entscheidung getroffen hat, aber der Kurz hat da schon auch. Das war auch nicht so glasklar für den Kurz, sondern das war so ein langes Herumlavieren ein bisschen. Und man merkt, der Richter führt den Prozess jetzt doch sehr genau. Der Richter selber stellt weniger Fragen als die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft ist extrem gut vorbereitet und in diesen Akt eingearbeitet. Also die zücken jeden einzelnen Chat und gehen das wirklich akribisch durch. Es ist fast schon nerdig, muss man sagen, was die machen. Der Richter versucht da ein bisschen immer Tempo zu machen. Also ich glaube, wenn der Richter der Meinung wäre, das ist ein Aussagenotstand oder der Kurz hat ja die Wahl gesagt, weiß ich nicht, ob er so ein Hochamt machen würde. Also man merkt schon, es geht in eine Richtung, die dem Kurz Sorge machen muss. Der hat die Klöger, der Finanzminister, ist ja so berichtet worden, dass er hat das so dargestellt, dass er sei eher völlig unbedarft gewesen und alles ist an ihm vorbeigegangen. Und letztlich fragt man sich, warum ist der Mann überhaupt Finanzminister gewesen? Ist das übertrieben? Nein, es ist ein bisschen übertrieben. Man hat schon den Eindruck, also er hat am Anfang gesagt, er war nie bei einer Partei und er wird nie bei der ÖVP sein. Und wenn er das Ganze jetzt Revue passieren lässt, dann will er auch nie bei einer Partei sein. Also man hatte schon den Eindruck, er ist ein bisschen traumatisiert von dem, was da passiert ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass er die kriminelle Figur in diesem ganzen Komplex ist, sondern er hat halt relativ schnell bemerkt, dass er als Finanzminister im Grunde genommen das machen muss, was der Kurz will. Das war ja auch, wenn man die Chats liest, immer ganz wichtig, was sagt der Kurz dazu? Ist der Kurz einverstanden? Was will der Kurz? Interessant in dem Verfahren fand ich vor allem auch die Russland-Tangente. Kurz wollte ja Sigi Wolf, den ehemaligen Magner-Chef, haben, der ein enger Vertrauter von Wladimir Putin ist. Wir erinnern uns, Sigi Wolf hat ja gesagt, Putin ist ein sehr, sehr, sehr korrekter Mann, mit dem er auf Kritik sehr konstruktiv reagiert. Das hat der Sigi Wolf noch im Standard gesagt. Und Sigi Wolf war mit einer Firma, in der er involviert war auf der Sanktionenliste und hat immer wieder den Kurz gedrängt, dass er interveniert, dass er von der Sanktionenliste kommt. Und der Kurz wollte umgekehrt den Sigi Wolf als ÖBAG-Chef, Aufsichtsrat-Chef haben. Also man merkt schon, auch Kurz hat gesagt, wir waren eine russlandfreundliche Regierung, hat er dezidiert gesagt. Es gibt diesen berühmten Chat, wo er mit Benko und mit Rainer Seele kurz zum V-Chef nach Russland gefahren ist, wo sie gesagt haben, wir fahren zum großen Chef. Da hat auch der Richter gefragt, wer ist eigentlich der große Chef? Der große Chef? Das ist der Putin. Das ist der Putin gewesen. Der große Chef des Sebastian Kurz? Sie fahren zum großen Chef. Das war sozusagen der Putin. Also das war schon interessant. Und gestern hat der Kollege Fabian Schmidt, hat gestern getwittert, gestern war sozusagen am Montag waren sieben Jahre her, dass die blau-schwarze Regierung angelobt wurde. Und er hat dann einmal kurz Revue passieren lassen und hat gesagt, was ist eigentlich jetzt passiert? Der Bundeskanzler steht als Beschuldigter vor Gericht. Der Finanzminister ist als Zeuge vor Gericht und will sich entschlagen in einigen Punkten. Die Außenministerin wohnt in St. Petersburg und hat sich von Putin die Bonnys eiffliegen lassen aus Beirut und leitet dort eine Singtank und nennt Putin einen Gentleman. Und der Vizekanzler, der schlauft in der Volksgarten-Disco ein und kommt in einen Gerangel mit Securities und wird dabei von Leserreporter und des Boulevards gefilmt. Strache. Strache. Also der allerdings freigesprochen wurde. Die Familienministerin dieser Regierung ist verurteilt worden in der ersten Instanz zu einer doch empfindlichen Strafe. War ein Urhaft. Also man sieht dieses Kabinett kurz eins, kurz Strache eins, dass der Justizminister, der Brandstätter, musste zurücktreten nach dem Bündercheck-Chef. Also Gentleman und Gentlewoman muss man da eher suchen. Also man sieht, dass dieses Kabinett zerbröselt. Und wir haben da jetzt nicht die Riesenstaatskriminalität, wie wir das vielleicht in anderen Ländern haben, aber es ist eher ein klägliches Bild, dass dieses Kabinett kurz eins abgibt. Zur politischen Einschätzung der Sebastian Kurz ist ja in den letzten Monaten betont, selbstbewusst aufgetreten, der sowas gemacht hat wie Staatsbesuche, ausgestautes Staatsbesuch bei Orban oder Staatsbesuch am Golf, bei einem Golffürsten hat ihn seinen Film, der über ihn gemacht wurde. Ja, in der Klimakonferenz ist er jetzt aufgetreten. In der Klimakonferenz. Also das sind schon Signale, die bedeuten, er hat schon noch politische Ambitionen. Oder muss man das anders sagen? Ja, ich weiß nicht. Diese Rechnung jetzt an den Benko, die hat ihm, glaube ich, im Image schon geschadet. Also dass er eineinhalb Millionen oder fast zwei Millionen verrechnet hat, den Benko, und da jetzt in die Konkursmasse rutscht. Also dass man merkt, er macht der private Geschäft, er verdient viel Geld, das Verhalten vor Gericht. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Leute merken, was da hinter der Fassade dieses Herrn Kurz steht. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er jetzt wirklich politische Ambitionen hat. Abschließend der bisherige Verlauf des ganzen Kurz-Prozesses. Wer muss da mehr beunruhigt sein? Der Kurz selber offenbar schon ist, ist eine Einschätzung. Aber es war ja auch am Anfang immer die Frage, pokert die WKSTO, A, die Staatsanwaltschaft nicht zu hoch. Kann man sagen, in welche Richtung das geht? Naja, wir dürfen den Ausgang des Verfahrens nicht erörtern. Es ist nach dem österreichischen Mediengesetz verboten. Da machen wir uns beide strafbar. Also wenn wir jetzt sagen, was ich glaube, wie es ausgehen wird. Was wir sagen können, sind zwei Dinge. Erstens, es ist kein Boker der WKSTA, sondern die WKSTA muss hier, wenn sie der Meinung ist, dass eine Verurteilung wahrscheinlicher ist als ein Freispruch, muss sie eine Anklage erheben. Aber dieser Anklageentwurf wird von der Oberstaatsanwaltschaft, in dem Fall Innsbruck, also die ist weit weg, und von der Weisungsabteilung des Justizministeriums und vom Weisungsrat des Justizministeriums genehmigt werden. Das heißt, da sitzt nicht ein wild gewordener Staatsanwalt, der jetzt mit dem Kurz ein Match macht, sondern das geht durch viele, viele Hände und dauert das auch oft sehr lange, weil die wieder oben was monieren und sagen, da müsstest du noch ermitteln und da müsstest du noch das machen. Also das ist eine Walze von Augen, also von Organen, die da drüber schaut. Wie lange wird das dauern, kann man das sagen? Naja, der Richter möchte eigentlich schon, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, im Jänner, Februar fertig sein. Also das wird noch vor Frühlingsbeginn, also das wird eine, sozusagen eine Winterschlacht vor Gericht. Und dann wird man sehen. Dann wird das Oberlandesgericht, also wurscht, wie das Verfahren ausgeht, das werden beide Seiten sicher Rechtsmittel erheben. Also das wird sowohl, wenn die WKStA einen Freispruch kriegt, dann eine Berufung machen, als auch die Verteidigung. Man wird auch sehen, ob Kurz vielleicht im letzten Moment doch noch einen Aussagenotstand behaupten wird. Der Richter hat ihm ja diese Frage gestellt, hat gesagt, Aussagenotstand heißt, dass wenn Kurz die Wahrheit gesagt hätte, er sich sozusagen der Verfolgung ausgesetzt hätte und daher hätte er sozusagen gelogen, um sich strafgerechtlicher Verfolgung zu entziehen. Er hat Kurz gesagt, nein, ich habe die Wahrheit gesagt, ich habe richtig ausgesagt. Das Problem ist, selbst wenn er vor dem Ursus die Wahrheit gesagt hätte und gesagt hätte, ja, ich habe mich eingemischt in der Bestellung der U-Bag, das wäre keine Straftat gewesen. Das unterscheidet ihn von anderen Fällen des Aussagenotstands. Also er hätte dort nicht irgendwas zugegeben, was ihn belastet hätte. Also das schaut für ihn insgesamt nicht so richtig gut aus. 2024 ist ein Wahljahr in Österreich. Wie relevant wird der Ausgang dieses Prozesses für die Innenpolitik in Österreich sein? Naja, die Frage wird sein, ob die nächste Regierung die WKStA abschafft. Das ist im Verordnungswege möglich. Also die WKStA kann man mit ganz leichten, also ein Minister kann, ohne den Nationalrat zu befassen, die WKStA aufsplitten, kann sagen, wir machen kleine Einheiten draus, wir zerschlagen die. Also es könnte natürlich eine ÖVP-Ministerin, sagen wir mal Edtstadler, die die WKStA, die zwar WKStA-Staatsanwältin ist, lustigerweise, die hat ja den sogenannten Marschallposten, aber die könnte natürlich sagen, wir müssen das jetzt ein bisschen dezentralisieren. Das würde vielleicht die Europäische Union eher anwählen. Das wäre schon wirklich ein Angriff auf eine manipulierte Bewegung, die wir da in der Justiz haben. Die WKStA hat viele Fehler gemacht, ich erinnere an die BVT-Affäre, sie hat im Fall Chor einen Freispruch kassiert, sie hat eine Journalistin, die Anna Dallhammer, die Chefredakteurin von Profil, angezeigt, wegen eines Schmorens und ist eingefahren. Also sie hat schon einige Fehler sich auch geleistet, die man sich eigentlich nicht leisten darf, aber sie hat gleichzeitig auch ein paar wirklich gute Leute sitzen, die wirklich investigativ, würde man im Journalismus sagen, recherchieren und die kann man natürlich woanders hinsetzen, denen kann man die Arbeit entziehen, man kann auch die Paragrafen verändern und da steht jetzt etwas ganz, ganz Wesentliches an, das muss man vielleicht zum Schluss noch sagen, der Verfassungsgerichtshof hat vor einigen Monaten das sogenannte Datenschutzprivileg der Journalisten aufgehoben. Was heißt das? Die Datenschutzgrundverordnung sieht vor, dass Journalisten nicht Auskunft geben müssen, wenn wir Daten speichern. Also wenn der Sebastian Kurz zu uns kommt und sagt, ich hätte gerne alle Daten, wo mein Name vorkommt, dann können wir sagen, das ist das Redaktionsgeheimnis. Und das hat der Verfassungsgerichtshof aufgehoben, weil er gesagt hat, das gehört ordentlich geregelt, das kann man so pauschal nicht ausschließen und das Justizministerium arbeitet jetzt daran, das Redaktionsgeheimnis zu schützen. Und Alma Sardic ist gerade im Gespräch mit einigen Medienvertretern und sagt, sie möchte das gerne ordentlich schützen. Vor dem nächsten Wahlkampf. Das ist ganz wesentlich, weil wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, der Herr Strache kommt her und sagt, ich möchte alles haben, was ihr über mich gespeichert habt, sie möchte alle Dokumente haben und die Datenschutzkommission kommt hier herein und sagt so, wir kassieren jetzt mal alle Papiere, dann ist das Redaktionsgeheimnis tot. Und jetzt braucht man dafür ein Gesetz und die ÖVP jungtimiert dieses Gesetz dem Vernehmen nach mit dem sogenannten Zitierverbot. Caroline Edstadtl will ja, dass wir aus Ermittlungsakten nicht mehr zitieren dürfen und das wäre natürlich ein wirklicher Anschlag auf die Pressefreiheit. Weil die ganzen Sätze, wo war meine Leistung, da bin ich jetzt super nackt, da bist du Hure da reichen. Also alles, was wir sozusagen an Korruptionsvolksprosa gelernt haben, wo die Leute auch begreifen, wie die Regierung gearbeitet hat, wie gesprochen wurde, wie sich auch die Regierung über den Böbel, wir erinnern uns, geäußert hat, das dürften wir auf einmal nicht mehr zitieren und das ist sozusagen so ein Tauschgeschäft und da muss man wirklich wachsam sein, da müssen auch die journalistischen Watchdogs wachsam sein, dass hier nicht über die Hintertür so einer vermeintlich komplizierten Regelung auf einmal die Pressefreiheit und das Redaktionskämpnis ist ein ganz ein wesentlicher Teil der Pressefreiheit ausgehebelt. Und das wird thematisiert vor den Wahlen? Das wird vor den Wahlen ein Thema werden und die ÖVP wird sich das vermutlich oder befürchte ich sehr teuer abkaufen lassen. Vielen Dank Florian Klenk. Wir sprechen gleich mit Wolfgang Petric, den prominenten Außenpolitik-Experten der SPÖ über die merkwürdige Haltung des offiziellen Österreichs zu Israels Gaza-Krieg nach dem Massaker des 7. Oktober. Willkommen Wolfgang Petric im Falter-Radio. Der Gegenschlag des israelischen Militärs seit dem Pogrom der Hamas zum 7. Oktober dauert jetzt schon fast zweieinhalb Monate. Die Feindnationen sprechen von apokalyptischen Zuständen in Gaza. Dazu kommt jetzt die wachsende Gefahr in der Internationalisierung durch den Beschuss von Schiffen im Roten Meer, durch die Houthi-Rebellen im Jemen, die sich mit den Palästinensern solidarisieren. Wo stehen wir zurzeit in diesem Konflikt? Ich fürchte, dass der Konflikt wirklich unübersehbarer wird, dass er noch weniger klar ein Ziel erkennbar ist, ein politisches Ziel, wo diese schreckliche Terrorüberfall am 7. Oktober, dann die Reaktion drauf, wo das enden soll. Immer und grundsätzlich ist es so, wenn man in so einen Krieg hineingeht, wie das Israel jetzt macht, dann muss man auch eine Exit-Strategie haben. Und die israelische Erklärung, es muss die Hamas besiegt werden, der Terror muss besiegt werden, spricht leider dafür, dass der Krieg noch viel länger dauern wird, weil man den Terror an sich nicht besiegen kann. Es war der große, der fatale Fehler nach 9-11 2001, der damaligen amerikanischen Administration, diesen Krieg gegen den Terror zu erklären, weil der wirklich auch dann mit Afghanistan, dann später mit dem Irak, dann Libyen in Situationen geführt hat, die allesamt schlecht ausgegangen sind und die Situation noch weiter verschlechtert hat und andererseits den Terror aber nicht aus der Welt schaffen konnte. In Bezug auf Gaza kommt aus Europa jetzt immer stärker die Forderung nach einem Waffenstillstand von Deutschland, von Frankreich, auch von Großbritannien, was die Regierung Netanyahu ablehnt. Die österreichische Bundesregierung positioniert sich auf der Seite der Regierung Netanyahu lehnt ebenfalls einen Waffenstillstand ab. Ist das überraschend für Sie? Das ist für mich eigentlich sehr verwirrend, muss ich sagen, weil das langjährigen Prinzipien, Grundsätzen widerspricht, die gerade ein Land mit einer sehr langen Tradition von Basierend auf einer Neutralitätspolitik von Vermittlung, Neutralität an sich ist ja Friedenspolitik, das heißt sich dagegen auszusprechen ist wirklich ein riesengroßes Problem und zeigt eben auf, dass wir hier in eine Sackgasse manövrieren mit unserer Ostpolitik die ganz deutlich wird anhand des Abstimmungsverhaltens in den Vereinten Nationen. Beim EU-Gipf letzte Woche hat Österreich gemeinsam mit anderen eine Forderung der EU nach humanitärem Waffenstillstand blockiert. Wem hilft so etwas? Das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Ich meine, dass man damit keinesfalls auch Israel einem gefallen tut. Ich verstehe den Schock, der sehr tief sitzt in Israel, denn letzten Endes hat dieser schreckliche Terrorüberfall die These Israels widerlegt, wonach Israel ein sicheres Land für alle Juden ist. Das glaube ich geht so tief und ist so eine Erschütterung, die man wirklich verstehen muss und da muss man einfach sehr viel dafür auch sozusagen in Kauf nehmen. Es kann aber andererseits nicht sein, dass man hier das humanitäre Völkerrecht in derart eklatanter Weise bricht. Und da muss gerade die Europäische Union und wir sind eben Mitglied der Europäischen Union und fühlen uns auch den Zielen der Europäischen Union verpflichtet, die regelbasierte Dinge macht, die versucht wirklich das Völkerrecht zum Mittelpunkt des internationalen Handels auch zu erklären, kann man einfach jetzt nicht sagen, aber da in diesem speziellen Fall machen wir nicht mit. Eine Aushöhlung des Prinzips Völkerrecht, insbesondere des humanitären Völkerrechts kann nur fatale Folgen haben. Das Außenministerium in Wien begründet die Position im UNO Sicherheitsrat wo Österreich ziemlich isoliert war mit neun anderen gegen die überwältigende Mehrheit der UNO Mitglieder einen Waffenstillstand abgelehnt hat, begründet das damit, dass die Hamas Aktion unter Terror der Hamas nicht verurteilt wurde. Ist das nachvollziehbar? Zum Ersten muss man sich in Erinnerung rufen, dass die Vereinten Nationen aus nahezu 200 Mitgliedern besteht. Das heißt, jede Erklärung der Vereinten Nationen ist notwendigerweise ein Kompromiss, der eben versucht, inklusiv zu sein, möglichst viele Staaten darauf, auf eine bestimmte Position zu vereinen. Und da muss ich sagen, mit 153 Staaten ist das diesmal den Vereinten Nationen zum Beispiel besser gelungen, als noch in der Ukraine-Frage. Das heißt, hier bildet sich ein derartig breiter Konsens und sich dem zu entziehen und sich dann mit Tschechien, USA, ist klar, die Vereinigten Staaten sind eben der wirkliche Beschützer von Israel, das muss man auch respektieren und letztlich auch unterstützen, aber letzten Endes müssen Staaten wie Österreich sehr darauf bedacht sein, sich nicht da plötzlich in einem Lager zu finden von sagen wir jetzt wirklich irrelevanten Kleinststaaten, die aus anderen Gründen dagegen gestimmt haben und nicht in der Sache. Und das meine ich ist für uns eine sehr gefährliche Gratwanderung, die wir hier vollbringen, einerseits sich für Israel zu verwenden, aber andererseits dann sich in einer derartigen isolierten Lage zu befinden, wo wir ja Israel damit ja überhaupt nicht helfen können. Wir sind, wir haben wirklich die Position, die bewährte Position, eine sozusagen gute Dienste anzubieten, vermittelnd, wenn wir gefragt werden, auch einzugreifen. Diese Sache ist völlig verloren gegangen und bringt natürlich auch Israel in eine noch schwierigere Lage, an wen soll sich Israel wenden, wenn nicht an bestimmte Staaten, wenn es um bestimmte Dinge geht. Das fällt alles flach. Das macht jetzt Katar übernimmt, diese Rolle übernimmt jetzt Katar, zu vermitteln bei den Verhandlungen über Geistung. Zum Beispiel, und man trifft sich jetzt in Polen oder man trifft sich in Oslo, also da zeigt sich eben dran, dass Österreich sich damit absolut ins Auto manövriert hat. Dieser Krieg, der seit dem 7. Oktober geführt wird, mit den furchtbaren Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung, viele Tausende Kinder, die umgekommen sind. Ist das, kann man sagen, das ist noch im Rahmen der Selbstverteidigung Israels, das Recht Israels zur Selbstverteidigung wird immer wieder angesprochen und dort wird von niemandem in Frage gestellt oder ist das nicht schon ein Krieg gegen die palästinensische Bevölkerung geworden? Selbstverteidigung ist ein Grundprinzip und absolut legitim, aber es kommt damit auch die Verhältnismäßigkeit und es hat auch die Verpflichtung, sich an das humanitäre Völkerrecht zu halten. Das muss allgemein gültig sein, das kann keine Ausnahme jetzt bilden und aus dem Grund meine ich eben, dass man hier wirklich versuchen sollte, gerade wenn sich Österreich jetzt so exponiert, ich hoffe, ich habe nichts davon gehört, aber ich hoffe, dass es irgendwelche Backchannels gibt, dass man doch mit Netanjahu spricht, es hat ja seinerzeit ein äußerst enges persönliches Verhältnis zwischen Herrn Kurz und Herrn Netanjahu gegeben, vielleicht ist davon noch was übrig geblieben und vielleicht kann man hier was machen, ich weiß es nicht, vielleicht überschätzt man sich dabei auch, aber immerhin, wenn man so eine extreme Haltung einnimmt, dann muss man auch daraus die entsprechenden politischen Konsequenzen ziehen. Wenn Sie bedenken, dass Österreich und nicht allzu langer Zeit Israel Sicherheit zur Staatsräson erklärt hat, was bedeutet das, wenn man diese politische Aussage ernst nimmt, sie bedeutet, dass man bis hin zu Waffenlieferungen dieses jetzt in so bedrängte Israel unterstützen müsste, widerspricht klarerweise der Neutralität, wir könnten vielleicht im politischen Bereich was machen, aber ich fürchte, dass das einfach eine leere Phrase ist, die nicht wirklich in irgendeiner Weise als politische Aussage ernst zu nehmen ist. Warum fehlt in Österreich die Sensibilität für das Leiden der palästinensischen Bevölkerung in Gaza, aber auch im Westjordanland, wo es hunderte Tote gibt? Ich sehe einerseits eine positive Entwicklung, zumindest seit Franz Varnitzki die formelle Entschuldigung auch in Tel Aviv und auch im österreichischen Parlament jetzt schon vor etlichen Jahren deponiert hat, dass sich da in gewisser Weise ein gewisser Ausgleich ergeben hat, nachdem Bruno Kreisky vorher sehr intensiv versucht hat, eine Lösung dadurch zu unterstützen, indem er die Palästinenser ins politische, ins diplomatische Spiel gebracht hat. Insofern war Varnitzkis Haltung und Varnitzkis Aussagen sehr, sehr wichtig. Jetzt sind wir leider ins völlig andere Extrem verfallen, wo ich einfach kein politisches Konzept auch dahinter sehe, was man hier macht. Man hat sich also eingelassen darauf, eine reine Person-zu-Person-Beziehung zu etablieren. Freundschaft ist immer ein riesengroßes Problem, sehe ich und immer wieder skeptisch in der Politik. Ich glaube, es muss um Interessen gehen. Und wenn wir ein Interesse haben, dass die Sicherheit Israels garantiert wird, dann müssen wir hier eine entsprechend kluge Politik auch betreiben. Und diese Klugheit, auch die Empathie für alle Opfer, alle zivilen Opfer, die sehe ich einfach nicht vorhanden. Und das meine ich, hat uns isoliert, hat uns wirklich ins Eck gedrängt und uns einfach auch als möglicher Partner in zukünftigen Friedensverhandlungen oder Friedensinitiativen eigentlich aus dem Spiel genommen. Wie geht man mit dem Vorwurf um, dass Solidarität mit den Palästinensern mit Antisemitismus zu tun hat? Ich bin da immer wahnsinnig skeptisch, wenn ich Antisemitismus höre und eigentlich daran keinen erkennen kann. Der Missbrauch auch des Holocaust oder Antisemitismus ist, Begriffe sollte man wirklich dort anwenden, wo sie wirklich auch inhaltlich korrekt sind. Der Missbrauch dieser Begriffe schafft eigentlich eine Relativierung des Antisemitismus und auch des Holocaust, dafür wäre ich überhaupt nicht zu haben. Andererseits muss man natürlich sagen, dass wenn immer man Israel kritisiert oder die Politik Israels kritisiert, und da geht es eben wesentlich nicht mehr um eine Regierung, die die extremste, rechtsextremste überhaupt in der Geschichte Israels ist, da muss man schon sehr trotzdem sehr aufpassen, damit man hier nicht in das Lager der Antisemiten gerät. Und leider ist es ja so, dass weltweit die Stimmung gegen Israel sehr zugenommen hat. Ich glaube dagegen auch anzukämpfen, aber mit Argumenten und mit Unterstützung auch der vielen liberalen und demokratischen Kräfte in Israel, das wird letzten Endes etwas sein, wo wir als Österreich glaube ich in Zukunft vielleicht, wenn ich irgendwo eine Glimmer Hoffnung sozusagen eher dabei sein können. Wolfgang Petric, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Im Falter lesen Sie Nachdenkliches zur internationalen Politik, genauso wie zu Ihnen Politik und Kultur. Ein Abonnement des Falter ist überlegenswert und wenn Sie an Weihnachtsgeschenke denken, dann sollte ein Geschenksabonnement des Falters ebenfalls auf der Liste stehen. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audio-Technik für diese Sendung. Vielen Dank Philipp. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.